liebe archite freunde willkommen zurück und ja ihr seht schon die grafik sieht jetzt bei weitem besser aus denn ich habe endlich meinen neuen pc bekommen habe es auch gepackt alles soweit zu installieren und das ist wirklich schon unterschied wie tag und nacht wenn man schaut von der reichweite her hinten der ganze hintergrund ja also archite kann auch richtig toll aussehen und ihr seht auch ich habe hier noch nichts abgeholzt und noch nichts dergleichen gemacht das werden wir dann alles gleich noch machen bzw nein das werden wir jetzt nicht machen denn ich brauche meine arbeitspunkt ihr seht wir haben jetzt 4698 arbeitspunkten zurzeit und ich brauche die alle sei es heute abends werden wir einen gelten one machen auf meinem hauptcharakter dazu brauche ich dann meine kompletten 5000 punkte dass ich die dann nach abgeben kann und so weiter und so fort und ja deswegen werde ich jetzt mir das alles erstmal sparen wir haben allerdings post bekommen ich würde einfach mal vermuten dass das unsere steuern sind die wir bezahlen müssen wir gucken auch gleich mal wenn wir das fenster ein bisschen weggeschoben bekommen dass wir noch an steuer bescheiden haben nur noch zwei ok ja und dieses mal werden wir auch auf alle fälle weiter questen habe ich ja versprochen dass wir hier jetzt endlich weitermachen das level bisschen voranbringen vor allen dingen auch die haupt story ein bisschen voranbringen das werden wir definitiv jetzt auch tun so wo haben wir denn hier unseren da haben unseren briefkasten dann schauen wir mal okay wir haben hier unsere was wir abgegeben haben bei der letzten quest das andere ist dann die wöchentliche steuer gut aber 19 stunden das werde ich dann wohl gleich mal machen dass ich mir die nachher entsprechend hole und dann die steuern fix bezahl und das andere das haben wir ja alles gekauft das passt okay gut dann würde ich jetzt sagen wieder rauf auf den esel und wir machen jetzt endlich weiter mit der quest beziehungsweise überhaupt mal weiter mit questen wir gucken mal kurz nach wo ich den geblieben sind so wir sollen hier verwirrung stiften dann sollen wir hier mit klagen der leichnam sprechen und mit krummrücken häuptling auch sprechen und die handelsquest hat man fertig gemacht und in mahadevi kommen dann festes sehen von einheimischen tieren okay werden wir machen was uns sehr hilft sind hier oben oben rechts die ganzen krebs markierung das heißt wenn ich dann mit der maus rüber geht dann blinkt das oben rechte sehe das jetzt wahrscheinlich auch das heißt es ist der liebsige rotmänn knolle werden wir dann gleich mal machen das auch mal wieder hier reinkommen in die action aber das sieht schon richtig richtig geil aus also geht kann auch richtig toll aussehen wenn man den entsprechenden pc dafür hat beziehungsweise wenn man denn in der auflösung spielen kann es gibt auch immer wieder leute die da probleme haben und ich kann aus erfahrung auch sagen weil mir ging es genauso wo ich mir geht installiert habe lief es erst mal nicht egal daran dass wenn ihr relativ neuen pc habt und alles installiert so weit dann habt ihr mitunter nur direct x11 und arg benötigt aber auch noch direct x9 das heißt ihr müsst euch dann noch ein direct x9 treiber unterladen und das solltet ihr tun dies nur von microsoft tun also sprich auf die offizielle homepage und so weiter und so fort und dort entsprechend euch den treiber besorgen denn mit direct x ich denke das werden viele wissen gibt es dann ganz dubiose treiber beziehungsweise ganz dubiose webseiten und wenn ihr euch da was runter zieht dann sind das so die ersten kandidaten wo ihr eventuell dann auch gleich mit trojaner runter bekommt oder 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 deswegen wenn ihr sowas zieht immer nur von offiziellen seiten ob das jetzt treiber allgemein sind oder 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 und wir sind jetzt gleich da so gott und dann fangen wir mal an hopp und dann an da liegt auch schon so ich komme ganz kurz in die skill genau wir hatten hier noch die aura das ist unser sturmangriff und das ist unser normaler schlag genau ok das geht relativ einfach da brauchen wir jetzt auch nicht groß hier auf die skills zu warten und schon liegt da ja was ein bisschen verwirrt ist dass es hier und diese dass es so in direkten sekunden noch da steht und dieses stört manchmal so ein bisschen ja 3s 2s das hat für mich am anfang aus wie eine 5 ehrlich gesagt hat sich her 25 15 was zählt er darunter btf aber naja so drauf und das geht natürlich hier wirklich ruck zuck wie gesagt wir werden als allererstes auch die hauptquest verfolgen die die arcage spielen die werden das inzwischen auch denke ich mal relativ gut kennen mit der hauptquest da gibt es dann relativ viele marken da kommen noch nicht mal nah ran das ist auch schön und für die marken können wir uns dann richtig richtig gute sachen holen entweder wir holen uns in haus aber ich hätte ja eher doch zum boot da wir hier vom boot durchaus mal auch irgendwo auf inseln fahren können beziehungsweise dann auch mal mit dem angeln ihr wollt uns mit mangeln beschäftigen und können dann auch mal tauchen gehen und sowas das macht auch spaß das heißt mit ein bisschen glück tun wir uns irgendwo hinstellen im boot neben taucherausrüstung und besorgen uns dann ein paar handelspakete die vielleicht auf dem boden liegen oder 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 da gibt es verschiedene sachen und so wie ich das sehen müssten wir wohl theoretisch auch noch mal hier runter in die in den schlangen pass zurück ich denke mal die quest wärme abbrechen ich erinnere mich dass wir da durch sind und haben mit dem klanken geist nicht gesprochen gehabt dass er auf die eine quest kommt da nicht drauf an ist da aber auch nicht unbedingt nötig und ich wollte euch auch noch die mine zeigen wo wir dann oder wo auch ihr dann wenn ihr den erz braucht auch erz holen könnte und so weiter und so fort und vor allen dingen ich glaube erz ist noch nicht mal unbedingt das wichtigste aber stein also stein so banal das eigentlich klingt aber stein ist eigentlich fast noch wichtiger wie erz zumindest wenn ihr euch was aufbaut weil ihr für eure häuser stein braucht und gerade wenn ich später ein bauernhaus haben wollte ein bauernhaus natürlich auch nicht schlecht aber hier werden wir ein bauernhaus wo kein platz mehr finden so und da werdet ihr wie gesagt für alles stein brauchen also klar erz braucht ihr auch eisen vor allen dingen für das schiff und so weiter und so fort aber stein ist am anfang fast noch wichtiger wie eisen und dementsprechend hoch ist auch der preis für stein also das ist wahnsinn und dazu kommt eben das problem dass er hier diese arbeitspunkte braucht was ja wenn man wirklich kontinuierlich ich habe es schon mal gesagt farm geht und ich würde mir jetzt so ein so ein drank nehmen wo sich die erfahrungswerte vielleicht noch verdoppeln wenn man oder wenn man handwerkliche tätigkeit nachgeht dazu zählt auch das abbauen dann hat man in zwei stunden hat man hier mit sicherheit alles unten verbaut und ja bis dann mal schnell 45 level aufgestiegen gut jetzt vielleicht keine fünf aber hier mit sicherheit kurz und wir machen mal weiter mit der story quest so dass wieder unser tätowierer hier und wir sollen ja haman aufspüren so und er ist bei den verhandlungen bei den zentaurern gesehen worden und wir werden jetzt dann auch entsprechend hingeschickt so wenn du fertig bist musst du mit atolos sprechen um ja alles zu regeln ich werde wohl erstmal hier bleiben um die an den armen welten zu pflegen den ich von hathor gefunden habe vielleicht erholt wenigstens er sich von den grauen das er dort gesehen hat denn hathora ist ja in einer der letzten folgen ja zumindest story mäßig mehr oder weniger überfallen worden was ein bisschen schade ist mit der atmosphäre das jetzt hier erzählt wird dass die leute alle gestorben sind aber wenn man dann nach hathora reitet die leute ja immer noch da stehen das heißt gibt hier kein server pushing und so weiter und so fort das finde ich ein bisschen schade und wir werden auch gleich mal dahin reiten ich muss das gucken wo die genau waren wasser server pushing server pacing natürlich das findet ihr hier vergebens aber noch mal hier sind die quests nicht irgendwie der mittelpunkt sondern hier sind die quests einfach nur mittel zum zweck so wir sollen jetzt hier haben wir uns anhänger besiegen und nach hinweisen suchen und genau das tun wir auch das hier ist hamanns erster finger tricher und dann komm mal her tricher das läuft auch relativ gut hier wie in jedem mmo sind die anfangsquests wirklich relativ einfach und relativ gut zu meistern es wird später ein bisschen schwerer das haben wir auch schon erledigt wird später ein bisschen schwerer wenn ihr dann bessere waffen braucht bessere ausrüstung solltet ihr eventuell auch wenn ihr vom level her schon höher seit was durchaus auch passieren kann wenn ihr berufes gilt sollt ihr dennoch möglichst durch die quest gebiete durch und solltet die möglichst machen weil ihr daher auch immer wieder bessere ausrüstung bekommt bessere waffen bekommt und so weiter und ehe euren sage ich jetzt mal wachenskill irgendwo hochgeschraubt habt seid ihr da schon ja gut beraten wirklich alle quests mitzumachen auch wenn es vielleicht mal schon ein bisschen langweilig ist oder manchmal ja man doch gerne auf ankommen möchte macht also ich kann euch nur den rat geben so werden wir ziehen acht da drüben steht der kollege da steht unser kollege so ich bin lorenzo von hartora klar ich möchte offen die geretteten besitzung meiner familie bis zu meiner rückkehr anvertrauen dieser arme mann aus parkson ja das lässt sich machen aber warum wo willst du hin ich gehe nach norden diese nachricht zur folge sucht der mann der meine familie ermordet hat im tigergrad gebürge nach etwas ich werde dort sein wenn er es findet es wurde einfacher zwischen deinen erinnerungen und denen von melisara zu unterscheiden du hast nie in der bibliothek mit dem mann magie studiert der zum gott des grauens wurde nie über seine vergeblichen versuche gelacht sich die namen alter kampfstile zu merken du hast ihn nie als jean gesehen der seine geliebte kyprosa im schattenfalten haus neckte melisara musste ihren schwur halten ihn zu töten doch ihr herz war nicht mehr voller rachsucht der pfad zum tiger grad gebirge war für dich auch der weg zu deiner rache so und weil jetzt auch manche immer so das gefühl haben dass die quest manchmal verloren gegangen ist ok jetzt schreibt mich ja an dass jemand hilfe braucht so schreibt jetzt dass wir keine zeit haben weil wir sind ja jetzt bin in der aufnahme normalerweise helfe ich natürlich schon wenn mir irgendeiner irgendwas oder irgendwo hilfe braucht ja zurück manche haben uns das gefühl okay ich habe jetzt irgendwo eine quest verloren oder hier geht es nicht weit oder sowas ihr seht auch wir haben jetzt abgegeben haben unseren bilder stand bekommen und haben aber jetzt keine story quest mehr liegt einfach daran dass sie dann im nächsten gebiet weitergeht so wie hier ja sie endet jetzt quasi hier und es wurde auch am ende des films dann gesagt dass der weg zum tiger grad gebirge auch der weg unserer rache ist pipapo und das heißt dann eben auch oder das gibt dann so die information dass dort weiter geht und das geht auch dort weiter und das wird euch noch ein paar mal passieren bis ihr die quest wirklich durch habt also solltet jetzt an einem punkt gerade sein vielleicht weil noch ein bisschen hinterher seid dass jetzt auch so denkt okay ist die quest jetzt fertig oder irgendwas mitunter endet die abrupt so wie jetzt und dann geht es dann im nächsten gebiet irgendwann unverhofft weiter also da müsst euch keine sorge machen wenn ihr die dinge abgeht die quest gebiete stoßt ihr drauf